GUNS OF BOOM Und mal nachgefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich diese PC-Version noch runterladen und testen kann für euch. Aber die haben mir geantwortet, diese Version gibt es gar nicht mehr. Die wird nicht mehr entwickelt, nicht mehr unterstützt und würde wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich richtig funktionieren, sollte ich sie irgendwo im Netz als Download finden. Und somit habe ich eben nicht die Möglichkeit gehabt, diese PC-Version für euch zu spielen, habe dafür aber dann das World Wide Web einmal für euch durchsucht und bin auf einige PC-Gameplay-Videos gestoßen, die ich für euch in einer Serie zusammengefasst habe. Diese Serie geht insgesamt 11 Folgen aktuell. Mehr Videos konnte ich bis jetzt noch nicht finden, aber ich werde weiter suchen. Vielleicht finde ich ja nochmal eine schöne Anzahl an Gameplays, die ich verwenden kann für weitere Episoden. Und ich freue mich auf jeden Fall mega, euch diese Videos jetzt zu präsentieren. Die sind alle schon fertig, alle schon vorproduziert und werden jetzt nach und nach auf meinem Kanal rauskommen hier auf YouTube. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil es sind echt andere Waffen dabei, Waffen, die ihr eben noch gar nicht kennt, abgewandelte Varianten der jetzigen Waffen aus Gunsoft Boom, Maps, die ihr noch nicht kennt, viele Veränderungen, viele Unterschiede zur jetzigen Version von Gunsoft Boom. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr dazu sagen werdet und freue mich, wie gesagt, echt tierisch, euch das zu präsentieren. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da, was ihr darüber denkt, habt ihr da Bock drauf, jede Menge PC Gameplays. Ich bin gespannt drauf und sage hoffentlich bis zur ersten Folge, die ganz bald kommen wird. Ciao, ciao.